Die GbP ist eine Einrichtung für Linkstrafe, Einberechtigung und so, wie für Behinderte und solche Bereiche. Wir haben halt verschiedene Arbeiten, um zu betätigen. Nein, ich sage das so, wir haben eine volle Heiz in der GbP. Ich mag das sehr, das ist ein Worte. Mir passt das Worte. Es ist gut, dass ich die Arbeit mache. Mir geht es schön gut und wir arbeiten die Arbeit gut. Ich bin ein Spezialist auf einer Maschine, wo ich 1500 Pesli mache. Früher war ein anderer Betreuer und jetzt ist der, der jetzt ist die Betreuer. Ja, sie helfen im Zeitraum, wo es gehört, wo wir Schwierigkeiten haben. Wir müssen nicht selbst sein, die auch selber herzurechnen. Ich mache ruhig ein paar Witze und dann kommt es mir gar nicht, was wir heute in die Witze reißen. Ja, die beiden sind lustig. Ja, wenn man so offen ist, also sein Leben nicht so, wenn ich es sei, ich will es mir bei und ich denke, ich habe einen Huck alleine. Ich bin so GW-Klasse. Da gibt es eine gute Lösung, wenn man es hierher gibt. Man geht hin und redet mit gewissen Leuten. Ich finde die GWB auch voll super. Ho, grüß die GWB!